Herzlich Willkommen bei Yann Classic, ein faszinierender Ort für Menschen mit Benzin im Blut. Ein Treffpunkt für alle Generationen. Yann Classic betreibt den Handel mit Young- und Oldtimern, Klassikern, Sportwagen und Zweirädern. Dabei steht oftmals Citroen im Mittelpunkt. Sie können auch Ihr Liebhaberfahrzeug durch uns verkaufen lassen und einen Stellplatz in unserer Werkstatt bzw. Schaumraum für den Verkauf anmieten. Darüber hinaus suchen wir ständig Fahrzeuge für unsere Kundschaft, nehmen Fahrzeug in Zahlung oder vermitteln sie. Wir bieten die Möglichkeit, das Objekt für Veranstaltungen zu mieten. Clubs und Vereine sind herzlich willkommen. Wir haben nur eine kleine Auswahl online. Wir verfügen in der Regel zwischen 40 und 60 Fahrzeugen an unserem Lager. Sprechen Sie uns an, wenn Sie ein spezielles Fahrzeug suchen. Eine kleine Auswahl unserer Fahrzeuge finden Sie in Deutschlands größtem Oldtimer-Markt, Magazin Classic Trader. Wir wurden geprüft vom Händler-Checker der Auto-Build Classic. Sein Fazit hier in Classic ist ein höflicher Youngtimer-Händler. Inhaber Michael Kappenstein nimmt sich reichlich Zeit, um den Kunden zum Beispiel ein Mauerblümchen namens Citroen XM für 2.900 Euro detailliert zu zeigen. Service, Fachwissen und ehrliche, offene Art überzeugen das Angebot. Besuchen Sie uns gerne einmal bei Yen Classic und lassen Sie sich von unseren Schätzen verzaubern. Wir sehen uns gerne an! Vielen Dank.